Ach komm, verpiss dich doch, Mann, ey. Nein, ey, ich wusste es, ey. Ich hab's geahnt. Heute ist echt nicht mein Tag, ey. Ja, letztes Mal waren wir ziemlich enttäuscht und diesmal müssen wir auf jeden Fall ein neues Rennen angehen und ein neues Glück. Was nehmen wir als nächstes? Bleibt nicht mehr viel übrig. Wir haben eigentlich, ja, das Durchwachsen, sage ich das mal vorsichtig ausgedrückt. Ich nehme wieder den Hanzo GT. Ich hoffe, der führt uns wieder auf die Erfolgsspur zurück, weil das war so die letzten Rennen so, naja, so, naja, naja. Wenn ich überlege, dass ich die noch alle Rennen nochmal irgendwann mal fahren muss, um die Gottmedaille da zu kriegen, dann schwankt mir Böses, ey. Das könnte schon eine Lebensaufgabe werden, ne. Deswegen hoffe ich, dass wir mit der Karre jetzt mal hier nochmal auf den ersten Platz fahren. Ist schon was länger her. Deswegen, äh, drückt mir die Daumen, dass wir es diesmal schaffen, ey. Das Auto lässt sich auf jeden Fall definitiv besser kontrollieren. Soviel dazu. Drei Runden wieder, ey. Was ist da los? Ich kann keine Fallen aktivieren. Was ist los da? Jetzt das erste Mal. Meine Güte. Wir haben, glaube ich... Wow, wir haben vier Autos zerstört. Das ist heftig. Mit einer Falle haben wir vier Autos zerstört. So muss das sein, Leute. Das ist genau so und nicht anders. Aber der erste hat sich ja mega abgesetzt. Wow, ihr Wichser, ey. Der Computer, der ist ein richtiger dreckiger Sack, ey. Boah, Wiederholung, ey. Ja, der war, glaube ich, gerade da drunter. Tut mir leid für ihn. Nicht. Boah, wenn wir hier abliegen, ne? Dann können wir dem eigentlich ausweichen, der Kugel. So, das musste ich unbedingt noch driften, damit ich hier durchkomme, ey. Jetzt hätten wir den Umweg fahren müssen. Das wäre nicht so prickelnd gewesen. Und so haben wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen Vorsprung rausgefahren, ne? Boah, anscheinend nicht. Das war anscheinend kein Vorsprung, weil irgendeiner hat eine Falle ausgelöst. Meine Güte. Ja, das Auto lässt sich auf jeden Fall definitiv besser kontrollieren, ey. Ich fühle mich direkt wohler mit der Karre, ey. Boah, du Wichser. Ich hab's geahnt, ey. Ich hab's geahnt, aber ich konnte nichts mehr machen, wie ihr gesehen habt. Ich wollte erst mal so durchfahren, dachte mir so, ah, soll ich mal vielleicht durch die Mitte fahren oder so? So, aus Jux und Dollerei. Ja, ist klar, ey. Das war ja keine Chance zum Ausweichen. Boah, jetzt sind wir sechster von Platz 1. Und so souverän Platz 1 war das auch noch, ey. Jetzt müssen wir uns hier wieder durchkämpfen, bis zum Gehtnichtmehr. Das hasse ich. Ich hasse das. Ich hasse das. Verdammt, ey. Ja, ich wollte doch da drunter herdriften, ey. Ja, hinzu kommt natürlich, dass man die Fallen auch dementsprechend einsetzen muss. Man muss auch das Timing passen. Wenn das Timing nicht passt, ist voll für die Katz die Falle. Dann fahren die einfach da durch. Das ist natürlich scheiße, ey. Ich würde gerne die Strecke jetzt verändern, wenn ich könnte. Mann, ey. Doppelzerstörung, ey. Die bringt mir irgendwie nicht wirklich was. Ach komm, verpiss dich doch, Mann, ey. Nein, ey. Ich wusste es, ey. Ich hab's geahnt, ey. Heute ist echt nicht mein Tag, ey. Heute ist echt nicht mein Tag. Dritter Platz, ey. Die Folge, die kacken wir mal übelst ab, ey. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, jetzt zündet doch irgendwas, ey. Meine Güte, jetzt letzte Runde noch, ey. Ich kann das Auto kaum lenken, ey. Durch die ganzen Explosionen, ey. Ja, Rammi. Wie kann der schneller sein? Ich komm da nicht durch, oder was? Ach, fuck you, ey. Nee, das ist doch... Ich fühl mich teilweise manchmal voll betrogen vom Spiel, ey. Ah. Also, das ist schon Frustfaktor 100 teilweise. Und guckt mal an, wie das Ding driftet, ey. Ich mach nix, aber es will driften. Es will einfach driften, die Karre. Ich kann nix machen, das Ding will driften. Boah, zum Glück haben wir nicht so ein hohes Auto, ey. Jetzt werden wir da auch... Guckt euch das mal an, ey. Wie viele Gegner hinter uns sind, ne. Und wir sind grad mal Dritter, ey. Wir sind nicht der Erste, der gejagt wird, ey. Wir sind Dritter, ey. Und dann kommt so ein fucking behinderter Drift zustande. Und wir sind Sechster. Sechster, Leute. Das ist ja auch nicht normal, ne. Wahnsinn, ey. Tradin hab ich schon mal nicht getroffen. Das ist die letzte Runde, ey. Ich muss jetzt alles einsetzen, was geht, ey. So, ich mein, werden wir vielleicht Dritter ins Ziel kommen. Oder Zweiter sogar. Ja, immerhin, ey. Der Erste, guck mal an, wo der hinten... Der Erste war schon da ganz hinten, ey. Puh. Viel zu übertrieben. Viel zu krass, viel zu krass. Wieder nur so ein läppscher zweiter Platz. Also langsam gehen wir die Siege aus. Es macht zwar wahrscheinlich kaum einen Unterschied, ob wir 40 oder 50 Crads bekommen, aber so... Das sieht immer so blöd aus. Zweiter Platz. Oder teilweise sogar dritter Platz. Ich bin im Moment echt unzufrieden. Wirklich unzufrieden. Das muss ich morgen, in der nächsten Folge auf jeden Fall mal ändern, ne. Zu Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Kanal, lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie Jopik oder Cortana.